Hallo, in diesem Video möchte ich kurz die Lösung dieser Aufgabe hier besprechen. Eine komplexe Leistung, die in einem Zwei-Pool umgesetzt wird. Das ist auch ein Beispiel, eine Frage, eine Aufgabe, die mir ein Schild per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank nochmal dafür. Und wie so üblich kopiere ich die jetzt mal und füge die mal hier in mein Zeichenprogramm ein. Ich mache die mal vielleicht noch ein ganz bisschen größer. So, dann können wir die mal kurz durchlesen. Dafür brauche ich gleich mal einen roten Stift, weil hier sind so ein paar Sachen oder zumindest eine Sache so ein bisschen komisch. Also Linear-Zwei-Pool ist irgendwie klar. Sinusförmige Spannung ist auch klar. 325 Volt, das Volt steht hier hinten. Das gehört da natürlich irgendwie mit dazu. Das ist dann die Amplitude oder der Spitzenwert. Kosinusförmig oder eben sinusförmig mit einer Kreisfrequenz in Abhängigkeit der Zeit. So, und dann, und das ist das komische Wort, was ich jetzt hier rot unterstreichen will, Gleichleistung gibt es nicht. Also es gibt eine komplexe Scheinleistung. Gleichleistung, das wäre sozusagen das richtige Wort dafür. Gleichleistung ist kein elektrotechnischer Fachbegriff. Selbst wenn man einen Gleichstrom hat und eine Gleichspannung, die irgendwie an einem Widerstand eine Leistung umsetzen, was ja dann eine zeitlich konstante Leistung wäre, auch da sagt man sehr, sehr, sehr selten dazu Gleichleistung. Also ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das einfach mit Absichten Fehler ist, den er einmal reingebaut hat, um jemanden zu verwirren, ob sich JGPD die Aufgabe ausgedacht hat, ob das vielleicht doch an irgendeiner obskuren Hochschule oder Universität der korrekte Fachterminus ist, äußerst üblich ist der auf jeden Fall nicht. Und hier taucht er nochmal auf. Also hier geht es auch um eine komplexe Scheinleistung. So, und die wird mit S bezeichnet, das ist schon normal, mit einem Strich drunter, weil die komplex ist. Und die soll jetzt, und hier fehlt vielleicht noch eine Klammer ringsherum, weil diese Einheit Volt Ampere, die gilt natürlich für beide Terme hier, für den Realteil und den Imaginärteil, also das wäre hier die Wirkleistung und das wäre die Blindleistung. Da kann man schon gucken, okay, wenn die Blindleistung positiv ist, ist das induktive Blindleistung. Wenn es eine Wirkleistung gibt, müssen wir auch einen ohmschen Anteil haben. Also dieser Zweipol hier, und jetzt schalte ich vielleicht mal um auf schwarz oder blau oder so. Also das hier wird ein, hier oben kann ich nicht schreiben, also mache ich mal so einen Strich hier runter. Also das wird ein ohmsch induktiver Zweipol sein. So, und tja, also an der Spannung nimmt er die Leistung auf und jetzt ist eben gefragt, was passiert, welche Leistung, komplexe Leistung, Scheinleistung nimmt dieser Zweipol auf, wenn wir so ein bisschen andere Spannung haben. Nämlich einmal 325 Volt und jetzt sinusförmig, dann 325 Volt, gleiche Amplitude, aber doppelte Frequenz oder eben doppelte Spannung, doppelte Amplitude. So, und ich fange mal an mit Teil A, weil das ist eigentlich der Heiferste. Also das ist, naja, ein bisschen eine Schatzaufgabe, will ich nicht sagen, aber vielleicht irgendwie so eine Konzeptverständnisaufgabe. Für diese Leistung hier ist es komplett irrelevant, ob diese Spannung jetzt cosinusförmig ist oder sinusförmig ist. Also hier kommt einfach genau das Gleiche raus. Ich nenne das mal S für den Aufgabenteil A. Ja, das ist einfach genau das Gleiche. Also das sind auch 1000 plus J 500 Volt Ampere. Und tja, da würde ich auch gar nichts rechnen, brauchen wir auch nichts rechnen. Die Rechnung wäre auch irgendwie trivial. Also spielt für diese komplexe Leistung einfach keine Rolle, ob das jetzt ein cosinusförmiger Zeitverlauf oder ein sinusförmiger Zeitverlauf ist, weil der Unterschied zwischen der cosinusförmigen Spannung und der sinusförmigen Spannung ist ja nur ein Phasenunterschied, wenn ich jetzt die Phase, den Phasenwinkel, den Nullphasenwinkel irgendwie zu einem beliebigen Zeitpunkt meines Koordinatensystems ändere, aber nichts an den Zweipool ändere. Also Phase der Spannung ändert auch die Phase des Stromes und damit ändert sich an der komplexen Leistung nichts. Okay, dann nehme ich mal grün für den Aufgabenteil B. Der wird jetzt noch ein bisschen interessanter. Also weil man sich jetzt im Aufgabenteil B irgendwie überlegen könnte, naja, also wie können wir diese komplexe Leistung ausrechnen? Komplexe Leistung ist eigentlich U mal I konjugiert komplex. Und wenn das hier alles komplexe Zeiger sind. So, die Spannung haben wir hier oben. Die Spannung haben wir hier oben als Zeitfunktion. Die kann ich jetzt natürlich auch mal umwandeln in einen komplexen Zeiger. Und da wir hier mit Leistung rechnen, ist es schlau, das hier zu einem Effektivwertzeiger zu machen. Ich schreibe das mal drunter, um der Klarheit willen, das zu sagen. Also das wird ein Effektivwertzeiger. Und das, was hier steht, die 325 Volt, das ist ja der Spitzenwert. Weil das einfach die Amplitude ist, dieser sinusförmigen Spannung. So, und jetzt, den nenne ich mal, was weiß ich, U-Dach. So, und jetzt kann man eben sagen, der Effektivwert ergibt sich aus dem Spitzenwert durch Wurzel 2. Und 325 durch Wurzel 2, das hat man so als Elektroingenieur im Kopf. Das sind 230 Volt. Und naja, was steckt hier hinter? Das ist einfach unsere Netzspannung. Also das ist Steckdose. Das ist die Spannung, die man da messen würde. Wenn man da Multimeter ranhängt, dann würde das Multimeter typischerweise einem den Effektivwert anzeigen, 230 Volt. Und der eigentliche Spitzenwert an der Steckdose sind 325 Volt. Und der Spitzespitzewert, das wäre nochmal das Doppelte, 650 Volt. Aber hier ist dann damit doch was anderes gemeint. Hier unten, das ist jetzt nicht einfach nur umgeschrieben, sondern hier ist die Spannung dann wirklich doppelt so groß. Also wie wenn man zwei Steckdosen in Reihe schalten würde, auch wenn das nicht so richtig geht, weil die, also in der Praxis, weil die dann den gleichen Massebezug haben. Okay, so, also Spannung haben wir. Jetzt bräuchten wir natürlich noch irgendwie Strom. Wie machen wir das? Na ja, also wir haben ja diesen Zweipol. Und der Zweipol, der hat natürlich eine Impedanz, eine komplexe Impedanz Z. Und die ergibt sich aus U durch I als komplexer Zeiger. Einfach Ohmschissgesetz im Komplexen aufgeschrieben. Und ich meine, das kann ich jetzt natürlich umschreiben in U ist Z mal I. Oder ich kann das auch umschreiben in I ist U durch Z. Und. Zum Beispiel könnte ich jetzt das I von hier dann mal dort einsetzen. Dann habe ich ja das, den Strom eliminiert. Dann steht da nur noch, würde da nur noch was mit U und dem Z steht. Dafür brauche ich jetzt aber den konjugiert komplexen Strom. Und jetzt kann man sich überlegen, na ja, also wenn ich auf der Seite der Gleichung hier konjugiert komplex rechne, dann muss ich das auf der anderen Seite auch machen. Also ich schreibe mal das einfach ab. U durch Z. Und konjugiert komplex. Und jetzt kann man sich überlegen, na ja, wenn das hier eine komplexe Zahl ist und wenn das eine komplexe Zahl ist und ich schreibe jetzt hier was als Betrag und Phasenwinkel auf. Und was heißt denn das konjugiert komplexe? Das heißt, ich drehe den Phasenwinkel um. Ja, wenn ich den Phasenwinkel von diesem Bruch umdrehe, hier Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Ich kann das auch einfach einzeln machen. Also ich kann auch hierhin schreiben, U konjugiert komplex durch Z konjugiert komplex. Das ergibt genau das Gleiche. Also kann ich hier für das I einsetzen. U schreibe ich ab und für das I setze ich ein U konjugiert komplex durch Z konjugiert komplex. So, und U mal U konjugiert komplex, das ist auch sowas, was man so von komplexen Zahlen sich überlegen kann. Das ergibt genau U-Betrag zum Quadrat. Das schreibe ich jetzt so ohne Strich drunter oder ich mache es mal vielleicht so mit Strich mal einmal. Also von U den Betrag und eigentlich haben wir hier oben nur einen Betrag. Das ist ja nicht wirklich komplex, wenn man jetzt hier keinen Phasenwinkel irgendwie benutzt. Also einfach U Quadrat durch Z konjugiert komplex. So, und die Gleichung, die kann ich jetzt natürlich mal nach Z umstellen. Mit den Werten, die hier oben stehen, kann das Z ausrechnen. Und dann kann ich mir wieder überlegen, okay, wie sieht denn das Z aus, wenn ich da die doppelte Frequenz einsetze? Und dann kann ich das wieder rückwärts in die Gleichung einsetzen und das neue S ausrechnen. Also nehmen wir mal aus, tja, sozusagen von da oben, stellen wir jetzt die Gleichung nach Z um. Dann steht da Z, erst mal Z konjugiert komplex, ist U Betragsquadrat durch S. So, und jetzt will ich ja eigentlich nicht Z haben, nicht Z konjugiert komplex haben. Ich möchte Z haben. Also muss ich auf der Seite einmal das Konjugiert komplexe rechnen und auf der anderen natürlich auch. Also wenn ich das wieder so umstelle, so ähnlich wie hier oben, dann wird da draus, also auf der Seite konjugiert komplex, einmal konjugiert komplex, nochmal konjugiert komplex, eine Phasenwinkel negativ und nochmal negativ, wird da wieder positiv. Hier drüben an den Betragsquadrat ändert sich auch nichts, aber ich habe hier unten S konjugiert komplex mit der gleichen Begründung wie da oben. So, und das kann ich jetzt hier einfach einsetzen. Das mache ich mal 230 Quadrat Volt Quadrat. Und hier unten setze ich ein, das sind 1000 Volt Ampere oder, wie schreibe ich vielleicht hinten dran, plus J halt. Und jetzt nicht plus, sondern mal konjugiert komplex, dann wird aus dem Plus ein Minus. Minus J 500 und die Einheit sind Volt Ampere. Den Bruchstrich kann ich noch ein ganz bisschen was länger machen. Und dann passiert hier das, was so passieren irgendwie sollte, die Quadrat und die Volt kürzen nicht weg. Es bleiben Volt pro Ampere über, sodass die Einheit am Ende logischerweise oben ist, was ja auch so sein sollte, wenn wir eine Impedanz ausrechnen. Und die Zahlenrechnung, die mache ich jetzt einfach in Oktav. Das habe ich mir ja schon mal irgendwie vorbereitet. Ich mache das mal vielleicht ein bisschen kleiner, sodass ich das hier unten noch irgendwo hinbekomme. Mache mal die Kommandozeile leer und schreibe mal rein. Also U sind 230, S sind 1000 plus J 500. Ja, J mal 500. Und ja, dann können wir ausrechnen, Z sind U Quadrat durch das S-Konjul-Komplex. Das kriegt man mit diesem Konjugate hin. Und dann kommen da 42,32 Ohm raus. Und irgendwie die Hälfte davon. Also 42,32 plus J 21,16 oder sowas waren das Ohm. Nochmal kurz gucken. Ja, okay. So, das ist jetzt die komplexe Impedanz, die dieser Zweipol hat und die bei dieser Spannung auf diese komplexe Leistung führt. So, das, was hier vorne steht, das ist sozusagen das R. Das, was hinten steht, ist das Omega oder Omega 0 mal L. So, wenn wir jetzt das Omega verdoppeln oder sozusagen eine Spannung haben mit der doppelten Frequenz, dann können wir ein Zb ausrechnen. Und das hat einfach den gleichen Realteil, also 42,32 und hat den doppelten Imaginärteil, weil der wird jetzt einfach verdoppelt. Also das L, wir könnten jetzt auch ein L ausrechnen, den wir einmal durch Omega teilen, kommt da irgendwas bei raus. Wir könnten auch im Prinzip annehmen, wenn das hier Netzspannung ist, dass die Frequenz 50 Hertz sind oder ein F0. Und dann könnte man daraus auch ein Omega 0 ausrechnen mit 2 mal Pi mal F0. Und das hier unten einsetzen, daraus ein L ausrechnen. Aber am Ende kommt raus, dieser Wert hier verdoppelt sich. Also da werden auch 43,32 oben draus. So, halt. Und das ist jetzt nicht das Zb-Konjugend-Komplex, sondern das ist einfach nur das Zb. Und aus irgendeinem Grund kann ich das hier wieder nicht wegradieren. Deswegen nehme ich mal einfach einen roten Stift und mache hier so drüber. Also das ist jetzt nicht das Zb-Konjugend-Komplex, das ist das Zb. Das muss ja wieder ohmsch-induktiv sein mit einem positiven Imaginärteil. So, dann brauche ich wieder den grünen Stift. So, und jetzt können wir das einfach nehmen und können das sozusagen hier an dieser Stelle einsetzen. und können ein Sb ausrechnen, also eine komplexe Leistung im Fall B. Das ist die gleiche Spannung U² durch das Zb und das jetzt aber Konjugend-Komplex mit Strich drunter. So, und die Zahlenrechnung, die mache ich jetzt auch einfach wieder in Octave. Guck, ob ich das hier, schiebe ich das mal hier hoch. Also das war das Z. Jetzt mache ich daraus mal ein Zb und das Zb kriegt den Realteil von dem Z und dann kriegt das Plusj und mal zweimal den Imaginärteil von dem Z, das wir vorher ausgerechnet haben. Ja, dann habe ich da den gleichen Realteil, den doppelten Imaginärteil und jetzt kann ich eben eine komplexe Leistung im Fall B ausrechnen aus U² durch das Konjugend-Komplexe von der Impedanz im Fall B, die da gerade drüber steht. So, und dann kommen da 625 Watt oder Volt-Ampere und 625 Volt-Ampere reaktiv bei raus. Also schreibe ich mal hin, das sind 625 plus J 625 Volt-Ampere oder Volt-Ampere. Das ist die Lösung, die jetzt hier im Fall B rauskommt. Gleiche Amplitude der Spannung, aber doppelte Frequenz. Und dann sieht man, okay, die Wirkleistung wird kleiner, die Blindleistung wird größer, was auch irgendwie logisch ist. Also der induktive Anteil, der hat ja jetzt hier gewonnen. Also der hat sich verdoppelt aufgrund der doppelten Frequenz. Der Widerstand, der reelle Realanteil, der ist gleich geblieben. Und ja, dadurch, also die Impedanz ist insgesamt größer geworden. Nur vom Betrag her ist das ja größer als das hier hinten. Deswegen fließt weniger Strom. Deswegen wird die Wirkleistung kleiner, aber die Blindleistung wird eben trotzdem ein bisschen größer. So, und jetzt können wir das Ganze noch im Teil C uns überlegen. Das ist aber jetzt wiederum relativ einfach. Also im Teil C, wenn ich ein SC ausrechne, tja, was ist jetzt hier passiert? Jetzt hat sich die Spannung verdoppelt. Also kann ich hinschreiben 2 mal U zum Quadrat durch Z. Und das ist das gleiche Z, was wir vorher hatten. Also das, was hinten steht. Weil es ist ja die gleiche Frequenz, hat sich ja nichts geändert. Und naja, wenn ich jetzt das hier oben ausklammere und die 2 quadriere, dann kommt da einfach 4 mal U Quadrat durch Z raus. Und hier fehlt natürlich noch das Kontingent Komplex und das Kontingent Komplex. Und dann kann man sich überlegen, okay, das, was hier steht, das ist ja genau im Prinzip das, was hier oben steht. Das ist auch genau die Leistung im Fall A. Also hier wird, kommt die Leistung wie bei A raus, die hier oben steht, bloß einfach 4 mal so groß. Und ja, das kann man jetzt im Kopf rechnen, kann man auch im Octave rechnen. Ich schreibe das selber ab. Also aus den 1000 werden 4000 und aus den 500 werden 2000. Also 4000 plus J 2000 Volt Ampere. Und da fällt mir auf, dass ich da oben noch eiskalt ein Volt geschrieben habe, aber das Ampere vergessen habe. Das ergänze ich immer noch rasch. Oder vielleicht habe ich das jetzt aus Versehen zwischendurch weggelöscht. Keine Ahnung. So, das ist auf jeden Fall die Lösung dieser Aufgabe hier. Also man muss hier so ein bisschen verstehen, was hier passiert und was damit gemeint ist. Aber ansonsten ist die Zahlenrechnung hier eigentlich vergleichsweise trivial, um für diese neuen Fälle hier A, B und C in Grau jeweils diese neuen komplexen Scheinleistung und nicht Gleichleistung auszurechnen.